an dem aufnahmeprogramm sondern ganz einfach am spiel würde ich mal behaupten so ganz frech gib mir dein geld so jetzt zeigt mir wo ich hin muss da muss ich hin glaube ich da ist so eine stromquelle gut die habe ich nicht gesehen und die maillon steine verschwinden so knapp und weiter so das muss der eingang zur nächsten heiligen höhle sein ha anna feuer wieso nur feuer alles hast doch feuer wieso müssen die alles mit feuer machen jetzt hier an der kette alles obwohl sie viel zu für dich ist beobachte lerne und reagiere ja das würde ich auch gerne machen zack ich weiß dass man wenn man klein ist betrunken ist oder ein zeitlevel oh wie süß feuer feuer rette dich wach auf Lizzie Lizzie öffne die Tür der Schlüssel Lizzie schließt die Tür auf du verbrennst ok Lizzie ist wahrscheinlich ihre kleine Schwester kannst du die Zeit überstehen wow hallo weg hier weg hier erstmal die kleinen Löffler wegmachen ja und dann so teleport 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 oh verdammt Erfolg ich muss nur die Zeit überstehen du hast schon den Zug verpasst wird das jetzt hier so ein Dauergag wie bei Demolition Man mit Sylvester Stallone wo die dann die ganze Zeit Nacht oder der Sylvester Stallone der hallo hallo jetzt mal gefälligst dadurch ähm so in 2070 glaube ich aufgewacht wurde und dann ist kein Toilettenpapier mehr gab sondern nur noch drei Muscheln und er die ganze Zeit nie wusste wie man die Muscheln bedient das oh scheiße das habe ich jetzt nicht gesehen Lauf Alice ja klappt doch alles wie geschmiert ne ne ich würde sagen ich ich hole mir erstmal hier die Punkte ab und jetzt laufe ich mal eben weg weg Aua boah boah wie kann man gegen die ankämpfen hallo 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 ok ne einer habe ich besiegt gut andere auch geht doch und ich habe jetzt schon ganz schön viele Rosen wieder verloren mein geliebtes Rosenleben Rosen ich werde euch vermissen aber ich werde mit anderen Rosen vorliegen die meine Leiste auffüllen hallo ok okay so ja ich kann eigentlich nichts daran falsch tun Wesen sein. Und? Och ne, wieder Feuer. Ich hasse Feuer. Was? Wir machen auch plötzlich mal einen Abgang? Ach so. Also die fallen runter und dann gehen sie hoch und ich werde geröstet, ja? Ihr seid nett. Wisst ihr das? So, hopp, hopp, hopp. Ja, haha. So, hoch. Und? Da muss ich jetzt durch. Gut. Kriege ich hin. Gut, hab ich hinbekommen. Oh. Von da nach da. Muss ich jetzt wieder so ein Bilderrätsel machen. Ach, liebe Alice. Die Kriegführenden ohne Sinn und Zweck missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, dass sie anders waren. Die Invasoren verdarpten die heile Welt. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen. Trotzdem blieben sie und versuchten ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen anstatt alle auf einmal zu töten. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht weiter. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? Ah, super. Komm, lauf. So, der schießt nach da. Und zwei, drei. Nein! Wieso trifft er mich? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh. I became a butterfly. Jetzt schießen alle zur gleichen Zeit. Zack. Der schießt bis dahin. Das bedeutet, ich muss jetzt da. Jetzt hier. Und jetzt. Weiter laufen. Schön. I became a butterfly. Oh. Scheiße. Äh. Ich hätte hochspringen sollen. So. Wie bescheuert kann man eigentlich sein? I became a butterfly. So. Ihr beiden raucht jetzt dicht. Du rauchst. Du rauchst. Runter mit dir. klein machen. Du kommst jetzt. Das bedeutet, jetzt kann ich hoch. Auf dich drauf. Und hopp, hopp, hopp. Und weiter laufen. Oh. Nein. Wie scheiße kann man eigentlich nur sein? Nein, nein, nein. Ich konnte doch klein werden mit, ja genau, mit der Taste. Richtig. Wieso konnte ich das hier nicht machen? So, schieß. Deine Kugel. So, hopp, hopp. Nein. Das verkalkte ich schon bei diesem Level. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. So. Klein. Werde groß. Fliege. Klein. Schieß. So. Werde groß. Flieg. Kommst nicht drüber. Klein. Wieso kommt man da nicht drüber? Wieso zum verdammten Henker noch mal? Wieso nicht? Ich bin so doof. So doof, so doof, so doof. So, hopp, 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 hopp. Geht nicht. So, hopp, hopp, hopp. Ha. So, schieß. Oh. Scheiße, da muss man ja schnell durch. Hm. Dummheit. Aha. Ja. Ja. Da muss man ja schnell durch. Ja. 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 Vielen Dank.